Der so genannte Philipp, der glückliche! Applaus! Du hast unsere Prozedur verstanden? Du darfst dir dein Glück müllern, müller dich frei, doch zuvor wird Sancho dir eine Aufgabe stellen, der einzig von der Muße geküsst, wird er dir einen Reim vortragen, den du vervollständigen sollst. Und niemand sagt vor, statt Kämpfen tun mit Schwert und Schilden solltest du lieber Reime... Der letzte Versuch! Ganz nah dran! Sancho, nochmal, Sancho! Kämpfen tun mit Schwert und Schilden solltest du lieber Reime spinnen! Ja! Der glückliche! Der so genannte Philipp! Wo ist unser Windgeist? Guck mal, ey, bist du mitverkundet? Ach guck! Wer hat der Windgeist, wenn du dieses Glückskorn überreichen würdest? An den so genannten Schilden. An den so genannten Schilden. Seh denn, ich bin die Glücksbühne, hier ist der Platz für das Korn. Dann... Oh, oh, oh! Eines der letzten Glückskörner. Da gibt's nicht mehr so viele, die dein Freund hat. Dann werde ich mich wenden. Vorsicht! Schwenkt stark aus! Du darfst jetzt hier auf den Jura drehen, wo die Farbe, die oben stehen bleibt, soll die Farbe deines Glücks sein. Schwenkt stark aus! Dann geht's doch noch mal! Ja! Oah! Gelb! Gelb! Gelb, Gelb! Gelb, Gelb! Gelb, Gelb! Das Gelb, Gelb! So sei es! Welle mit Bedachten! Einen Applaus für Philipp, den sogenannten, den Glücklichen! Geht sie dahin mit deinem Glück! Und kehre nicht so bald zurück! Vielen Dank.